Halo ODST, Finalphase. Wir bringen den Superintendent hier raus und werden jetzt abgeholt vom Rest der ODSTs, die die es ganz schlecht noch haben. Laufst du hier hin? In den Zoo rein. Wenn der mal ein bisschen schneller gehen würde. Wenn hier irgendwo noch ein Gewehr rumliegt. Drinnen war noch eins. Ja? Ja, gut. Was gibt es hier noch? Ach, hier ist eine, ohne sogar eine Shotgun. Oh, jetzt kommen sie. Sollen wir die noch abhalten von hinten? Ich dachte, wir müssen ins Haus rein. Deckt ihr mich mal? Was wirst du denn machen? Den Hammer! Ach, na schön. Achtung, muss funktionieren. Decken, ich mach erst den Dicken. Erst den Dicken. Geh weg. So, noch ein Dicke. Hier ist noch einer. Wer war denn das gerade? Ah, du bist tot. Schade. Aber der Hammer liegt doch irgendwo. Wo ist denn der? Liegt der da noch? Gebiet nicht sicher, oh Gott. Ah, da ist der Hammer. Das war lauernd. Und du den Hammer. Ja, scheiße, ich kann halt nicht wieder neu einsteigen. Ach so, der ist leer jetzt, ne? Ja. Der Hammer, ja. Oh, ich bin tot. Ich kann auch nicht mehr Spawn nehmen. Sie waren alle tot. Was auch ein bisschen komisch ist. Du bist jetzt das erste Mal gestorben, oder wie? Ja. Was? Was auch ein bisschen komisch ist, dass man den Hammer danach dann gar nicht mehr einsetzen kann. Ja, das ist das Balancing-Gründe. Ich schmeiß mir jetzt gleich Granaten vor die Füße, wenn sie landen. Ich hab gehört, das ist in Deutschland nicht so ganz beliebt. Das hätten wohl einige gegangen. Besorgen Sie sich ein Medipack? Oh, das war's. Dann weiter, oder? Ja. Jetzt fetz. So. Jetzt gebäude rein. Ach, guck mal, der ist schon vorgeflogen. Dann bewegen Sie sich. Äh, wie, doch nicht. Oh, scheiße, das ist ein Landungsschiff direkt vor der Nase. Ja. Wenn er so vorstürmt. Oh, das Landungsschiff gibt Feuer in dieser Station. Shit. Oh, jetzt erwischt. Ah, kein Tod. Oh, Misty, du bist der Letzte. Ich geh nochmal kurz rein und ein, ich. Oh, Hunter. Akku ist immer wieder da. Und rate, wenn er da ist. Ah, wie nah sind die schon dran? Okay, den hat's. Oh, da ist schon gar eins. Kratsch. Oh, jetzt im Notfall liegt hier noch ein Raketenlöffer, aber man kann ihn nicht aufnehmen. Der ist leer, den hab ich da hingeschmissen. Der ist voller. Ganz seinen Scheiß mal wieder wegräumen. Und das nächste Schiff kommt. Oh, mit Sperrfeuer. Ja. Da ist ein Hammer. Ja. Das schafft jetzt nicht mehr. Das ist ja eine Röde. Oh, Gott. Da ist doch noch Munition drin, ne? Hier haben wir noch mehr Schuss für die Panzerfahrt. Ah. Shit. Lecker, lecker, lecker. Okay, der hat sich. Kannst den Hammer nehmen. Ja. Da ist noch ein Wraith, oder? Oh, oh, schau mal, da kommt unser Landungsschiff. Ah, cool. Moment. Die Frage ist, wo die hinschießen. Nehmen wir auf den mit den Hammer. Ne, der ist oben auf der Anhöhe, oder? Der Ray. Der Ray. Noch was schießen. Okay, wir müssen mal hier hoch. Kommt ihr hier? Ja. Ja, ja. Das Ding ist sicher? Wie lange es nicht geht. Oh. Was ist das für ein Schuss? Oh, Nuts. Hui. Hui. Wie, das war's jetzt? Ne, oder? Das ist jetzt der letzte Bosskampf. Kein Bosskampf. Das wird kein Bosskampf. Es gab doch nie einen Bosskampf. Ja, aber war das jetzt der letzte Kampf? Diese drei Wellen von Nasen da? Beschwer dich halt. Epilog. Aha. Na gut. Es ist vorbei. Wie deutlicher muss es denn noch haben? Ob es vorbei ist? Verlassen Sie bitte das Gebäude. Das ist doch hier der Ding. Jetzt habe ich gerade einen frischen Hammer bekommen. Wehe, ich fange Halo 4 nicht mit dem Hammer an. Oh. Oh! 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 Cool! So. Und jetzt nochmal auf Legendary, damit wir die zusätzliche Endsequenz noch sehen. Weißt du, was da passiert? Weiß nicht genau. Aber er hat auch wieder eine gegeben, oder? Ach, warte mal. Wir haben dir eine Entschuldigung gegeben. Aber es war meine Op, und es war meine Interrogation. Wir haben nur einen. Es ist sehr delicat. Oh! Ich weiß, was die Aliens ist. Es hat eine Angelegenheit zur Kommen-Netz? Ungefähr, aber ja. Wir sind nicht ganz sicher, wie es eine Angelegenheit mit dem... Was? Oh, warte mal, warte mal! Sergeant Major, bitte. Es ist extremlich flammable. Die Brüten. Die Brüten. Die Brüten, die Böhmungen auf deine Freunde und die Millionen von meinen Leuten verabschieden. Sie sind in eine riesige Stimme. Sie sind in eine riesige Stimme. Sie werden mir genau sagen, was sie suchen. Und dann, Sie werden mir helfen, sie zu retten. Wir kriegen Anschluss, wenn wir da mal ein bisschen draufschießen. Ja, das war ODST. Ja, und was suchen denn die Brutes jetzt dann da? Das ist doch das. Die graben doch das Portal aus, mit dem sie zur... Wie heißt das am Ende von Halo 3? Die Arche? Die Arche, ne? Ja, ich glaube schon. Und da wollen sie hinspringen, weil sie von da aus alle Ringe aktivieren können. Ja. Da wird ja auch der neue Ring dann gebaut. Ah. Damit können sie dann ihre große Reise starten. Ja, dann haben wir jetzt noch eins auf jeden Fall offen in dieser Sammlung. Halo 4 ist da noch drin. Und was ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, dass da jetzt natürlich über diese Xbox-Kompatibilität Reach auch noch kommt, ne? Das steht aber noch nicht fest, oder doch? Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte, Wars und Reach hätten sie schon angekündigt. Ich dachte, haben sie nicht gesagt, dass ab irgendwann alle 360-Spiele rückwärtskompatibel sind? Nee, nee, geht ja nicht. Du musst sie ja alle umbauen. Nee, aber zumal die, die dann bei Games with Gold angeboten werden. Ja, die schon. Da war Reach aber noch nicht dabei, das kann aber noch kommen. Das stimmt. Naja, jetzt machen wir vielleicht erstmal Halo 4 ein zweites Mal fertig. Ein erstes Mal für mich. Ich freue mich. Super. Wie gesagt, wird vielleicht jetzt nicht direkt im Anschluss passieren, aber wird passieren. Wird vor allem vor Halo 5 passieren. Also auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen. Stimmt, da kommt ja schon wieder eins. Oh Gott. Man kommt da nicht hinterher. Danke euch fürs Zuschauen. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr positive Überraschungen. Halo ODST. Ja. Bis bald auf GameTube. Ciao. Ich will mal ganz kurz den Leuten sagen, ob sie... Ah ja, okay. Also es gibt noch ein legendäres Ende auf Legendary. Ich würde sagen, ich schneide das einfach rein. Das wolltest du doch da hinten dran schneiden einfach, oder? Ich schneide das hinten ran. Okay. Das heißt, ihr kriegt es jetzt zu sehen und wir verabschieden uns davor. Also, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020